Darf ich fragen, wie Sie hier reingekommen sind? Sie sind etwa der gute Geist dieses Hauses. Stimmt's oder habe ich recht? So werden wir hier seit drei Generationen genannt, Melle. Das heißt, noch bevor einer gestorben ist, Anti-Exodus. Es muss ein starrer, schlafähnlicher Zustand sein. Stimmt's, wie wir die Neurine oben verbringen. A, E, O, U. Ist das alles, was du zu sagen hast? So, und woher hast du diese Informationen? Ich fühle mich dazu berufen. Ja, glaubt denn der Doppel wirklich, dass der da oben in der Gubb noch lebt? Nein, Mette, aber trotzdem habe ich Sie hierher gebeten, weil wir beide wissen, Mette, dass es da oben nichts mehr zu richten gibt. Die Zähne von Fluffy! Nein, von meiner Großmutter. Ich habe doch das Gebiss meiner Großmutter gelernt. Diese Zähne reichen ein wenig. Er sieht ihn mit so verwechselnd ähnlich, Söder. Bitte, erzeugen Sie sich selbst, dass er die ganz... Ja, mich dürrstet nach einem Weiben! Das wundert mich nicht, Söderfreiheit. Sie haben noch nicht alle Tassen im Schrank! Tassen! Trau! Halt Klobeich reinfallen! Hoch die Tassen! Verfeierlicher Dunkel! So weit kommt es noch! Wir waren gerade dabei, das Zimmer ein wenig umzuräumen. Wenn nicht, tragen Sie mich bitte morgen noch mal. Ja, und wie geht es Ihnen? Ja, die liegt schon längst in der Gucht oben. Ach so, ja, die Leiche, meine Sie! Die meine ich bitte! Ich frage Sie als Zinske, was ist mit der Leiche in der Richtung? Komm, lass uns ins Dorf gehen und zur Kirche schreiten! Ich will nicht auch heuren! Wollen Sie nun die Wahrheit wissen, oder nicht? Ja, Herr Döll! Gut, dann reden Sie nicht so viel, setzen Sie sich und hören Sie mir zu! So! So, Herr Döll! Hier steht es! Ägypten erhörte! Picotella Berendola hat mehrere Versuche in der Theorie durchgeführt, um Paracelsus... Ah, Paracelsus, der mit der Benicillin! Der mit der Benicillin! Der mit der Benicillin! Baby Paul! Baby Paul! Nein! 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 Fantastisch! Man. Kरitsch! Das ist nur B Danny! Dann Sie sehen können Vielen Dank.